Wenn ihr selbst einen Kaminofen habt oder ihr als Experte dafür zuständig seid, Kunden mit Kamin zu beraten, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen. Viele alte Öfen müssen nämlich bis zum Jahresende ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Aber was steckt hinter der Frist, welche Öfen sind betroffen und was ist jetzt zu tun? Das alles klären wir in diesem Video hier bei HaustrickTV kurz erklärt. Hintergrund der Frist ist die Erneuerung der Bundesemissionsschutzverordnung, die besagt, dass bestimmte ältere Kaminöfen nicht mehr den aktuellen Emissionsstandards entsprechen. Sie schaden also der Umwelt und unserer Gesundheit. Konkret geht es um Öfen, die zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 31. März 2010 produziert wurden. Diese Geräte müssen entweder ausgetauscht oder nachgerüstet werden, um die Emissionen von Feinstaub und Kohlenmonoxid zu reduzieren. Die Frist dafür endet am 31. Dezember 2024. Das heißt, wenn euer Ofen oder der eurer Kundinnen und Kunden von der Frist betroffen ist, dann muss die Anlage stillgelegt, nachgerüstet oder durch ein emissionsärmeres Modell ersetzt werden. Sonst droht eine saftige Strafe. Aber keine Angst, wir gehen Schritt für Schritt durch, was ihr jetzt beachten müsst. Schauen wir uns zunächst mal die konkreten Anforderungen an. Kaminöfen müssen bestimmte Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid einhalten. Diese Werte sind in der Bundesemissionsschutzverordnung festgelegt. So gilt für Feinstaub zum Beispiel ein Grenzwert von 0,15 Gramm je Kubikmeter Abgas und für Kohlenmonoxid ein Grenzwert von 4 Gramm je Kubikmeter Abgas. Als erstes solltet ihr also testen, ob euer Ofen oder der Ofen eurer Kunden diese Werte einhält. Eine solche Messung wird vom Schornsteinfeger durchgeführt und kostet normalerweise so zwischen 150 und 300 Euro. Wenn sich bei der Messung dann herausstellt, dass der betroffene Ofen die neuen Richtwerte nicht einhält, dann habt ihr mehrere Optionen. Die einfachste und oft auch sinnvollste Möglichkeit ist der Austausch gegen ein modernes Modell. Diese neuen Öfen, die sind nicht nur umweltfreundlicher, sondern oft auch effizienter und sicherer. Alternativ können bestehende Öfen nachgerüstet werden. Dabei werden zum Beispiel ein Partikelabscheider oder andere Emissionsminderungsmaßnahmen installiert. So ein Partikelabscheider, das ist so wie ein Feinstaubfilter für Kaminöfen. Das ist besonders dann eine gute Option, wenn ihr oder eure Kunden an einem alten Ofen hängen oder wenn dieser Ofen einfach perfekt in das Haus passt. Aber keine Regel ohne Ausnahme, richtig? Historische Öfen, die vor 1950 gebaut wurden, die können von der Austauschpflicht ausgenommen sein. Das gleiche gilt für Öfen, die in einem Raum stehen, der durch eine andere Heizquelle beheizt wird. Hier gilt, wenn ihr selbst kein Experte seid, dann nehmt am besten rechtzeitig Kontakt zu einem Fachbetrieb auf, um die notwendigen Schritte für den Austausch oder eben für die Nachrüstung zu planen. So habt ihr genügend Zeit und vermeidet unnötigen Stress kurz vor der Frist. Wir fassen mal zusammen. Überprüft, ob euer Kaminofen betroffen ist, informiert euch über die Anforderungen und über mögliche Ausnahmen und plant rechtzeitig den Austausch oder eben die Nachrüstung eures Ofens. So tragt ihr nicht nur zur Verbesserung der Luftqualität bei und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben, ihr vermeidet vor allem unnötige Strafzahlungen. Mehr nützliche Tipps für Heizungsprofis gibt es auf unserer Website haustech.de. Abonniert unbedingt auch unsere Kanäle auf Instagram, YouTube und TikTok, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.